Willkommen auf der Kampus! Wir sind mittlerweile beim zweiten Game angekommen und zwar Queen of the Court. Der Gewinner offensichtlich bleibt immer auf dem Feld. Wer zuerst sechs Punkte hat, alles zählt ein Punkt. Sieben! 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 Easy, let's go! Sieben! Sieben! Nice! Come on! Come on, Fatima! Easy, defense, komm! Yes! Oh, jetzt zwischen die Defense! Shit! Shit, girl! Let's go, let's go! Nice! Easy! Sehr schön! Stark! Kim KK! Hey, KK! Hey, KK! Hey, let's go, Vira, let's go, Vira, let's go, Vira! Ja! Nice. Come on. Get this. Nice. Starke, deep. Ey, es macht richtig Spaß so allein zuzugucken so. Richtig gut. Let's go, let's go. Komm. Ja, sehr gut. Go, girls. Strong one. Ah, gutti, gutti. Queen of the court. Ich bin Mahlzeit. Die ganze Zeit hier. Wer, wer, wer kickt sie vom Gold? Ich bin der, wer, wer mit ihm ist? Ich bin der, wer mit ihm ist. Ich bin der, wer mit ihm ist. Oh! Weiter, weiter. Weiter. Der ist der Block. Ich bin der, wer mit ihm ist. Finish. Ey, stark. Und's geht's. Und es geht weg. Und es geht weg. Und dann sieht man sich das nicht aus. No, es geht weg. Du, 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 du du. Ich bin gegen. Siehst du? So zieh ich durch und dann, pup. Kopf. Let's go! Easy, you got this! Easy, you got this! Easy, you got this! Easy, you got this! I like this! Oh, come you got it! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Yes, that's it! Let's go! 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 Oh, bank shot! Next time you better call it! Nice! Nice girl! That's good fun! Nice! 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 Ja, 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 ja. Die erste. Sie hat es in ihr Pocken. Monsterblock. Erwin, let's go! Hey! So nice! Nice, girl! Finish! Strong, Fatima! Stark, Mädels, ey, es ist mir ein Fest. Ich lerne heute hier ganz viel auf jeden Fall. Ein ereignisreicher Tag geht zu einem, sage ich euch, Leute. Ich bin platt, es war mir ein Fest. Diese Halle hier ist einmalig. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Und Leute, schaut, dass ihr auf jeden Fall ein Comment und ein Like da lasst und den Leuten von dem Basketball Campus in Köln folgt, sowohl auf YouTube als auch auf Instagram.